Stammkunden sowie Erstbesucher empfehlen Ihnen weiter, den Coiffeur Birgit in Oranienburg. Drei versierte Mitarbeiter sowie der ein oder andere flinke Azubi freuen sich auch Ihnen wieder mal so richtig den Kopf zu waschen. Vom klassischen Kurzhaarschnitt für den Herren bis hin zur top-trendigen Bobfrisur für die stilbewusste Dame ist man hier nämlich vor allem für die offene sowie eingehende Beratung bekannt. Gemeinsam mit dem Kunden erzielt man so einzigartige Ergebnisse, sowohl was Schnitt als auch eine eventuelle Färbung anbelangt. Damit Sie schlussendlich auch zu Hause noch Freude an Ihrer Mähne haben, verwendet und vertreibt man im Salon Birgit ausschließlich hochwertigste Stylingprodukte wie etwa jene der renommierten Firma Glünd. Überzeugen auch Sie sich von den Haarkünstlern in der Berliner Straße und sichern Sie sich einen Termin. Das Team rund um Inhaberin Elfi Dalke erwartet Sie mit ansteckender Begeisterung. Ich freue mich. Ich freue mich. Wir haben noch die zweite Zeit.